Die DHV News vom 17. Mai 2024 Gesetzentwürfe zur Änderung des KKNG und des SCVG Rauschklausel soll abgeschafft werden Mit freundlicher Unterstützung von Seeds24, AWAY Medical und Dirksgroßhop Herzlich Willkommen bei den DHV News und vielen Dank für 235.000 Abos auf diesem Kanal Ein paar kleine Vorbemerkungen Nächste Woche gibt es noch einmal keine News Da bin ich in Hamburg auf einer Podiumsdiskussion im Rahmen der Hamburger Suchttherapietage Da kann man auch sich anmelden und hingehen Kostet aber ein bisschen was Ich komme dann nachher über einen Termin nochmal dazu Ihr findet das auch in der Terminliste Auf handverband.de Und ich habe heute bei meinen Pflänzchen vorbeigeschaut Die ich letzte Woche eingepflanzt habe Was ja hunderttausende von Leuten Millionen Leute beobachtet haben Und irgendwie wild diskutiert haben Eins davon hat überlebt Ich war jetzt zwei Wochen nicht da Die anderen haben wohl zu wenig Wasser bekommen Nämlich an Und ja, insgesamt haben wir extrem viel zu tun hier im Moment Ich habe wahrscheinlich die letzten Wochen auch schon mal ein bisschen rumgejammert Das hat gerade so viel gleichzeitig passiert Sowohl, was jetzt tausend Interpretationsfragen Des Cannabis-Gesetzes angeht Gleichzeitig schiebt eben der Bund jetzt schon wieder neue Gesetzvorhaben an Zu Straßenverkehr und so weiter Komme ich gleich nochmal zu Und die Bundesländer kommen auch alle ständig jetzt mit neuen Initiativen an Bußgeldkatalog und irgendwelche Verbots Fantasien und so weiter Dafür sind unsere Strukturen hier nicht ausgelegt Ja, da sind wir ganz schön irgendwie an Kapazitätsgrenzen unterwegs Jammer, jammer Ja, muss ich hier nochmal sagen Irgendwie, das ist schon ganz schön schräg Zumal das Ganze sich anfühlt wie Laufen auf Treibsand irgendwie Ja, jede Frage, die sich stellt Und mit denen wir hier zugeschmissen werden Ja, sozusagen mit allen möglichen Detailfragen Da können wir auch oft nur sagen Ja, wir würden am Ende irgendwie einen Richter entscheiden müssen Oder eben Wir können unsere Einschätzung abgeben Meistens, ja, aber auch nicht immer Aber ob die dann Bestand hat oder nicht Na, das muss dann am Ende sich dann wieder zeigen So geht es im Moment allen Na, und das macht die Sache halt auch nochmal komplizierter Ja, und so sehen auch die News heute aus Ja, es ist ein ganzes Sammelsurium von kleinen Updates Und Themen mit ziemlich großer Vielfalt und Bandbreite Aber irgendwie sind sie alle Treibsand Ja, da zieht sich irgendwie durch Und Teil der vielen Arbeit, die wir im Moment haben Ist auch selbst gemacht Weil wir jetzt dabei sind Die Cannabis Normalkonferenz fertig zu organisieren Die Ende Juni wieder stattfindet Nach einem Jahr Pause Jetzt sind wir wieder am Start Vom 28. bis 30. Juni Das Wochenende in Berlin Und da läuft jetzt die Early-Bird-Phase aus Also der Frühbucher-Rabatt gilt noch Bis Sonntag 23.30 Uhr Das sollten also alle jetzt sich nochmal angucken Und am besten jetzt schon buchen Dann steigen die Ticketpreise etwas Die sind zwar immer noch moderat Ja, im Vergleich zu vielen anderen Konferenzen Diese Art, die über drei Tage auch geht Und mit ein bisschen Catering auch dabei ist Und so weiter Das ist halt nicht umsonst zu haben Wir werden auch kein Geld dran verdienen Wem das dann immer noch zu teuer ist Der kann auch als Helping Hands sich anmelden Auch die Infos findet ihr auf der Konferenzseite Ein bisschen mitarbeiten Ein paar Stunden arbeiten Und dafür dann eben auch kostenlos reinkommen Und dann sich die Sessions angucken Wo man eben keine Schicht hat Wir haben viele interessante Speaker auch schon gewinnen können Unter anderem drei Rechtsanwälte Ja, zeigt auch wieder Geht jetzt im Moment wirklich darum Was bedeutet das eigentlich alles Diese ganzen Fragen, die wir hier die ganze Zeit in den News haben Aber neben die wir auch gestellt kriegen Die ihr euch alles stellt Ja, in die sozialen Netzwerke Die ganze Zeit rauf und runter gefragt werden Das sind halt alles Auslegungsfragen des Gesetzes Und auch natürlich Wie die Anbauvereine jetzt demnächst arbeiten werden Na, das kommt ja jetzt auch erst auf uns zu Und das heißt Wir werden eben uns mit ein paar Schwerpunkten beschäftigen Anbauvereine, Eigenanbau, rund um Eigenanbau Einige Fragen klären, ob man jetzt darf, ob man nicht darf Und dann noch so die ganzen Konsumfragen Wo darf ich wie wann konsumieren Welche Erfahrungen haben wir bisher Und was ist mit dem Thema Führerschein Und dann nochmal eine Session zum Beispiel zur Prävention dabei Die klassische Podiumsdiskussion am Freitagabend Wie wir sie immer haben Die Preisverleihung in den Kategorien Aktivismus, Politik und Wissenschaft Am Samstagabend, bisschen Gala-Feeling Und danach noch ein bisschen Party beisammen sein mit Musik Und zum ersten Mal legal im Konsum Auf einer Cannabis-Normalkonferenz Das DHV auch eine Besonderheit jetzt Eine Neuigkeit sozusagen Alles in allem ein gelungenes Programm Ja, wie gesagt, es geht viel um Interpretation Um Rechtsfragen, deswegen haben wir diesmal viele Rechtsanwälte dabei Drei konnten wir schon gewinnen Zum Beispiel Oliver Rabatt ist dabei Den kennen viele von euch Der wird sich mit dem Thema Führerschein nochmal befassen Da könnt ihr auch nochmal live fragen Wir hatten ja letztens auch ein Video mit ihm hier online Und dann ist zum Beispiel auch einer der Autoren dabei Die demnächst den neuen Cannabis-Gesetz-Kommentar rausgeben Markus Geschwandner Und Herr Nelkenstock Rechtsanwalt Nelkenstock ist auch dabei Alles ausgewiesene Leute Die sich speziell mit unseren Themen befassen Insbesondere eben auch Cannabis-Social-Clubs Oder Anbauvereinen Und Leute von Anbauvereinen selber sind dabei Die wir alle kennen Ja, die habt ihr alle schon mal irgendwie in Medien gesehen Die da eben nochmal ein bisschen erzählen werden Ja, vor welchen Problemen und Fragen sie jetzt da stehen Und was noch alles geklärt werden muss Und wie sie was interpretieren und so Ja, also wilde Nerderei Sozusagen für alle, die genau wissen wollen Für alle, die mal irgendwie ein bisschen reinschnuppern wollen Auch übrigens ja Leute, die sich nicht unbedingt selber zur Community dazugehören Und gehörig fühlen irgendwie Sondern ja, mal gucken wollen Ja, wie das Ganze so ist Und was das so für Leute sind Die da diskutieren Das können zum Beispiel Leute sein Aus niedrigschwelligen Drogenhilfeeinrichtungen Ja, die da mal ein bisschen Kontakt aufnehmen wollen Leute aus Ministerien Ja, wir laden auch gerne alle ein Die jetzt in den Staatlöchern stehen Diese komischen zuständigen Behörden zu sein Ja, irgendwer ist ja jetzt dafür verantwortlich Einige Stellen sind vielleicht schon besetzt Und Leute wissen, was da auf sie zukommt Dass sie demnächst sich damit befassen müssen Kommt gerne auf die Cannabis-Normalkonferenz Nehmt mal Kontakt auf zu denen Um die es da eigentlich geht Und die ganzen Probleme und Fragen, die da auftauchen Ja, auch alle gerne gesehen Ich hoffe diesmal auch viele Leute eben auch Aus diesen Bürokratiebereichen Kommt zahlreich Ja, macht die Bude voll Ich glaube, das wird wieder eine sehr interessante Und gelungene Angelegenheit Und wird uns selber auch wieder dabei helfen Viele dieser ganzen Treibsanfragen Noch mal ein bisschen genauer zu klären Letztes Juni-Wochenende 28. bis 30. Juni in Berlin Alle Infos zu finden auf Cannabis-Normal.de Auch die Frage mit den Helping Hands ist da dabei Das Programm mit den einzelnen Sessions Ist soweit online Aber noch nicht im Zeitplan Also das ist nur die Beschreibung der Sessions dabei Aber nächste Woche kommen dann auch die ersten Speaker dazu Oder einige, viele Speaker schon Die wir jetzt mittlerweile verpflichten konnten Oder wo wir Zusagen haben Und auch der Zeitplan kommt als nächste Woche Aber denkt dran Sonntagabend 23.30 Uhr läuft die Early Bird Phase ab Und bis dahin hoffe ich, dass da ganz viele Anmeldungen kommen Es gibt übrigens auch noch einen Rabatt für DHV-Mitglieder Das seht ihr dann ja auch Da bei der Anmeldung Ihr könnt euch auch noch schnell anmelden Vor dem Ticketkauf Ja, da wird noch schwierig mit Early Bird Aber wenn ihr euch später entscheidet Könnt ihr auch zuerst DHV-Fördermitglied werden Und dann Ticket besorgen Ja Jetzt kommen wir zum nächsten Thema Und zwar Da nur der kurze Hinweis Weil ich im Prinzip alles dazu hier schon erzählt habe Nämlich zwei Gesetzentwürfe Die geleakt worden waren vorher Und jetzt offiziell auf der Seite des Bundestages draufstehen Nämlich eben, dass die Koalition Das Konsum-Cannabis-Gesetz KKNG nachjustieren will Da geht es um diese Protokollerklärung von Lauterbach Und die Erschwernisse für die Anbauvereine Die noch in Kraft treten sollen Und ganz schnell noch geregelt werden sollen Bevor die Regelungen zu den Anbauvereinen Am 1.7. überhaupt in Kraft treten Worum es da geht, habe ich hier schon ein paar Mal erzählt Im Zweifelsfall Guckt euch ältere Videos hier Der News der letzten Wochen nochmal an Nutzt diese Sprungmarken Im angepinnten Kommentar oder in der Videobeschreibung Damit ihr es da wiederfindet Und das gleiche gilt auch Für ein Gesetz zur Änderung des Straßenverkehrsgesetzes Wo es im Wesentlichen Um den Grenzwert von THC-Grenzwert von 3,5 Landogramm geht Aber auch diverse andere Fragen Die da noch strittig sind Ich komme da auch beim nächsten Mal wieder drauf zurück Da werden wir natürlich auch nochmal Stellung zu nehmen Die Einbringung des Gesetzes Ist jetzt erstmal offiziell im Bundestag Aber dann wird ja nicht gleich entschieden Sondern geht ja dann erstmal Neue Ausschüsse und so weiter Und da werden wir uns dann auch einmischen Jedenfalls könnt ihr jetzt offiziell Selber nochmal nachlesen Nicht nur irgendwie geleakt Auf irgendeiner Leakseite Sondern offiziell bundestag.de Dann der nächste Punkt Treibsand Verwirrung um Anbau im Kleingarten Da habe ich ja hier erzählt Und auch einen Artikel Auf unserer Seite geschrieben Als Reaktion Als offenen Brief An den Bundesverband Der Kleingartenvereine e.V. Glaube ich heißt er Der gesagt hat Also Anbau im Kleingarten ist verboten Laut Cannabis Gesetz Und ich habe gesagt Ne das stimmt nicht Also meiner Meinung nach Ist das nicht verboten Ist ausdrücklich in der Kommentierung Zum Kabinettsentwurf sogar noch genannt Das Stichwort Kleingarten Ist da zu finden Wo steht Also privater Eigengebrauch Im Sinne dieses Gesetzes Ist eben der Anbau In der eigenen Wohnung Und die eigene Wohnung Im Sinne dieses Gesetzes Umfasst auch Alles was irgendwie Zu Wohnzwecken genutzt wird Inklusive Gärten Kleingärten Freizeitgrundstücken Und so weiter Jetzt gibt es da Eine Menge Medienreaktionen dazu Also bis auf Tagesschau.de Und ZDF.de Und so weiter Einige andere Medien Die aufgegriffen haben Diese Frage Und da haben die auch Beim Gesundheitsministerium Nachgefragt Und die sagen Nein Also grundsätzlich Ist tatsächlich der Anbau Im Kleingarten verboten Und diese Nennung Von Kleingärten Da geht es nur um Ausnahmefälle Wo dann doch Wegen irgendwelcher Altregelungen Leute in Kleingärten Wohnen dürfen Weil normalerweise Darf man in Kleingärten Nach Bundes-Kleingärten-Gesetz Nicht wohnen Weil das eben Keine Freizeitgrundstücke Sind oder so Sondern die dienen Halt nur zum Ein bisschen Rumgärtnern Und da gibt es Ausnahmen davon Die dann doch Da wohnen dürfen Und das Gesundheitsministerium Sagt das War damit gemeint Und eben Nicht jeder Kleingärtner Der da anbauen darf Sondern eben nur Die wirklich da wohnen Jetzt muss ich natürlich sagen BMG ist nicht Gott Was die Interpretation Des Gesetzes angeht Die können sagen Wie sie sich damit Gemeint haben Aber letztendlich Sind es dann doch Richter die Gott sind Die dann letztendlich Über so einen Fall Entscheiden müssen Und die sagen Ja aber Das steht ja so im Gesetz Oder in der Kommentierung Ich lese das so Als Richter Ja dass da jemand Der da im Kleingarten ist Anbauen darf So wie eben auch Im eigenen Garten Angebaut werden darf Wenn der direkt In der Wohnung ist Ist das im Prinzip Der erweiterte Eigene Garten Außerhalb der eigenen Wohnung Ja also ich habe Darüber auch schon Mit einem Juristen Mal wieder gesprochen Jetzt sehr kurz Erster Eindruck Und so Der hat auch gesagt So eindeutig ist das nicht Wie das Gesundheitsministerium Das sagt Das kann ein Richter Durchaus so oder so Interpretieren Also wieder so Treibsandthema Ja wo man nicht so genau weiß Was ist denn jetzt da Wie verboten ist das denn jetzt Wie klar ist jetzt Dieses Statement Oder wie rechtssicher Ist dieses Statement Wir sind gespannt Auf den ersten Prozess Auch da Wenn jemand Ein Strafverfahren hat Wegen Anbau Im Kleingarten Meldet euch bei uns Und dann gucken wir nochmal Bei das ganz genau prüfen Mit Rechtsanwälten Ob man da nicht Auf was machen kann Aber ich muss zumindest Meine Ansage Ein bisschen relativieren Das aus meiner Sicht Ganz eindeutig ist Ja dass man Im Kleingarten anbauen darf Weil eben das in der Kommentierung So drin steht Also Nur wenn man da wohnt Ja die paar Leute Die das betrifft Die betrifft das nicht Ja weil sie da ja wohnen Dann dürfen sie auch anbauen Wie auch immer Habt ihr das auch mal gehört Artikel dazu übrigens Natürlich wie immer In der Videobeschreibung Wo dann nochmal Dieses Zitat Von BMG Mit drin steht Nächster Punkt Verwirrung Und Säule 2 Genau dasselbe Da habe ich ja im Prinzip Auch mal so Meine Interpretation Der Konsum Cannabis Wissenschaftszuständigkeitsverordnung Glaube ich Heißt das Ding Geschrieben Wo eben steht Welche Behörde Das Bundesinstitut Für Landwirtschaft Und Ernährung Eben als untergeordnete Behörde Des Landwirtschaftsministeriums Von Cem Özdemir Die soll zuständig dafür sein Für die Genehmigung Und Begutachtung Von Anträgen Für wissenschaftlichen Umgang Mit Cannabis Nach Paragraf 2 Absatz 4 glaube ich Cannabis Gesetz Und da habe ich gesagt Okay Das ist eine Forschungsklausel Ziemlich eindeutig Danach kann man auch Modellprojekte genehmigen Wie die eben geplant sind Ja Modellprojekte Zur Abgabe von Cannabis Solche Anträge Sind ja auch schon In den vergangenen Jahren Gestalt worden Von diversen Städten Nach Paragraf 3 Betäubungsmittelgesetz Was genau so eine Forschungsklausel ist Auch da gibt es Kein eigenes Gesetz Und trotzdem War das jetzt nicht Total abwegig Da so einen Antrag Zu stellen Und auch Das Heroinmodellprojekt Was tatsächlich Durchgeführt worden ist Abgabe von Heroin An Schwesternabhängige Vor 20 Jahren Beinahe jetzt Oder ja 20 Jahre Kommt hin Das auch ohne eigenes Gesetz Genehmigt worden Ja Also insofern Ist das nicht ganz abwegig Und es gibt nach wie vor Total unterschiedliche Stimmen dazu Auch hier wieder Ja Es gibt welche Die meinen Ansatz Genau auch so sehen Ja Die zum Beispiel Jürgen Neumeyer Vom Bundesverband Der Cannabis-Wirtschaft Der jetzt schön Artikel im Spiegel Hatte Und da genannt worden ist Und auch sagt Ja Damit kann man so eine Zwei machen Also auf geht's Lass mal Anträge machen Und so weiter Brauchen wir kein Gesetz Widerspruch kommt dann Widerspruch kommt dann wiederum Achso Vom Anwalt Von einem Fachanwalt Habe ich genau dieselbe Aussage gehört Der auch sagt Ja Das ist ganz klar Eine Forschungsklausel Und damit kann man Das machen Wenn man das will Die müssen nur wollen Ja Also da muss dann Cem Özdemir Vielleicht auch ein Machtwort brechen Widerspruch kommt dann aber Auch von den Drogenpolitischen Sprechern Teilweise Der Bundestagsfraktion Zum Beispiel Frau Lütke von der FDP Oder Herr Heidenblut Von der SPD Die haben gesagt Nein Also es braucht da Ein eigenes Gesetz Und das kann man nicht Nach dieser Forschungsklausel machen Und es gibt jetzt Diverse Gerüchte Ja Einerseits irgendwie Gesundheitsministerium Will das gar nicht Die wollen gar kein Gesetz Vorlegen Andere sagen Die werden ein Gesetz Vorlegen zeitnah Und Ja Wieder andere sagen Ist doch eigentlich schon klar Jetzt irgendwie Dass das eben Ohne Gesetz Funktionieren soll Auch da wieder Totale Verwirrung irgendwie Und kein Mensch Weiß jetzt ganz genau Was die da eigentlich vorhaben In der Bundesregierung Kann man hoffen Dass sie sich nicht zu viel Zeit lassen Weil sonst wird das Nichts mehr mit Säule 2 Ähnlich nochmal jetzt Meine Kritik An den Mariana CSC Die sich als Dachverband Bezeichnen Aber eigentlich kein Dachverband Von Anbauvereinen Sind in dem Sinne Sondern Anbauvereine Integrieren wollen In den eigenen Gesamtvereinen Und die Mitglieder An sich sind eigentlich Privatleute Die eben Mitglieder In Anbauvereinen sind Dazu habe ich mich Letztes Mal geäußert Und auch kritisch geäußert Und habe dabei auch gesagt Dass ich denen zuerst Geschrieben habe Und nachgefragt habe Und keine Antwort bekommen habe Und an der Stelle Muss ich mich jetzt Irgendwie ausdrücklich entschuldigen Die hatten mir eine Antwort Beschrieben Und im ganzen Theater Hier gerade Ist das tatsächlich In meinem Posteingang Untergegangen Also Das ist ziemlich irre Im Moment Wie viel da reinkommt Und das habe ich übersehen Und sie haben geantwortet Insofern Entschuldigung dafür Ich habe daraufhin dann Nochmal einen ausführlichen Artikel dazu Eine Antwort sozusagen Auf diese Antwort Auf handverband.de veröffentlicht Weil auch Mariana CSC Dann nach meiner Ansage Die hätten nicht geantwortet Selber ihr Schreiben Veröffentlicht hat Dann habe ich die Antwort Darauf veröffentlicht Also teilweise Fand ich es nicht Sehr plausibel Erstmal Und habe nochmal gesagt Ja was ist denn mit dem Punkt Was ist mit dem Punkt Und so weiter Was ihr da macht Hintergrund war ja Dass Mahnungen geschrieben worden Sind an Mitglieder Die zehn Tage nach Eintritt Wieder ausgetreten sind Das war so meine Hauptkritik Und die ganze Struktur Dieser Mariana CSC Ist mir Ziemlich undurchsichtig erschienen Und die haben halt reagiert Dass sie jetzt Bei einer Transparenz Arbeiten Und alles genauer Erklären wollen Und so weiter Für mich bleiben auch Ein paar offene Fragen übrig Und ein paar Kritikpunkte Jedenfalls ging das Ein bisschen hin und her Die haben dann eben auch Auf meine Erwiderung Nochmal geantwortet Ja also zweimal Irgendwie Statement Von denen an mich Eins von mir an die Und ich belasse es jetzt Erstmal dabei Ja wir jetzt Ewig darauf rumreiten Irgendwie Das ist jetzt genug Geschrieben worden Macht euch selber ein Bild Ihr findet das alles Irgendwie jetzt hier In der Videobeschreibung Wieder die verschiedenen Statements sozusagen Ja und dann könnt ihr Selber überlegen Ob ihr das irgendwie Alles für Irgendwie Nachvollziehbar haltet Sozusagen Das ganze Konzept So Dann Letzte mir Ja das ist im Prinzip Jetzt die Eigentliche Nachricht Ja alles andere ist so Es sind so Undurchsichtige Vor sich hin Dümpeleien sozusagen Ja die zwar Nachrichten Auch in Nachrichten waren Oder in sozialen Medien Viel diskutiert worden sind Aber ja jetzt Keinen riesigen Neuigkeitswert haben Und hier haben wir Tatsächlich Eine Geschichte Wo der Branchenverband Der Cannabis Wirtschaft meldet Dass Cem Özdemir Bei deren parlamentarischen Abend angekündigt hat Die sogenannte Rauschklausel In Bezug auf Nutzamt streichen Zu wollen Da steht ja Der Umgang mit Nutzamt ist egal Grob gesagt Wenn der Missbrauch zu Rauschchecken Ausgeschlossen ist Und da gibt es halt Jetzt mehrere Urteile mittlerweile Vom Bundesgerichtshof Die sagen Missbrauch zu Rauschchecken Ist nicht ausgeschlossen Insbesondere bei CBD Blüten So genannten Also Nutzamtblüten Mit ganz wenig THC Und mit viel CBD Weil da irgendein Gutachter gesagt hat Wenn man davon 15 Gramm Mit der Magic Formel Irgendwie zu irgendwelchen Brownies Verbackt oder so Dann Könnte man vielleicht Ein kleines Rauschchen erleben Ja und deswegen Ist der Missbrauch Zu Rauschchecken Nicht ausgeschlossen Und ja Macht natürlich kein Mensch Ja ist viel zu teuer Und auch Ja Zu aufwendig Aus dem Schmeckt hat Scheiße Macht keiner Ist in der Praxis Völliger Blödsinn Aber das gibt Nun mal jetzt Irgendwie diese Urteile Und da habe ich Ja eben schon mal gesagt Ja da sind die Gerichte Letztendlich Gott Und nicht Irgendwelche anderen Leute Wie wir Ja die sagen Wir finden das blöd Haben halt verloren Wenn die Gerichte das sagen Diese Rauschklausel Soll jetzt Laut BVCW Laut Öztemir Abgeschafft werden Ich war selbst dabei Hab die Rede gehört Ich würde jetzt da Nicht 1000 Euro Darauf wetten Dass das jetzt Auf jeden Fall kommt Und das hat so Super extrem glasklar Im Prinzip Als Statement Gekommen ist Aber er hat sich Auf jeden Fall Dazu geäußert Und der BVCW Jedenfalls geht da Sehr forsch voran Mit einer Pressemitteilung Und sagt Er hat das bei uns Jetzt so angekündigt Ja das ist eine klare Sache Die Rauschklausel So soll abgeschafft werden Und die stecken da Sicherlich bei dem Punkt Nochmal auch näher drin Weil das ja vor allen Dingen Auch eine Wirtschaftsvertretungssache ist Nochmal eben auch Zur Abgrenzung Wir sind eben Ein Konsumentenverband Und alles was jetzt In erster Linie Händler betrifft Was auch Diese ganzen Razzien Und so weiter Bei den CBD-Blücken betrifft Ist das eher Der BVCW Der da Mehr sich noch mit befasst Als wir Und von daher Sag ich jetzt mal Ja das kann schon sein Dass da was dran ist Ja das bei dem Rauch Auch ein Feuer dahinter ist Und halt irgendwelche Vorgänge gibt Im Landwirtschaftsministerium Die in die Richtung gehen Ja ich bin auch erstmal gespannt Will das auch erstmal sehen Ja das dann wirklich kommt Aber das ist auf jeden Fall Eine Nachricht Die die Kollegen rausgehauen haben Dann noch eine kleine Nachricht Da geht ja jetzt darum Dass die ganzen Bundesländer Eigene Bußgeldkataloge Bringen Und Hamburg Hat im Prinzip Jetzt diesen super krassen Bayerischen Bußgeldkatalog Kopiert Also mit recht hohen Androhungen von Bußgeldern Wir hatten ja oft Den Bundesland Länderpolitiker Also den drogenpolitischen Und gesundheitspolitischen Sprechern Der Ampelfraktion Jeweils geschrieben Ja das Die jetzt mal ein bisschen Die Kirche im Dorf lassen sollen Ja und da Mal von den bayerischen Bußgeldern Null wegstreichen sollen Ja 50 Euro tut auch Es müssen keine 500 sein Und so schwer sind diese Vergehen da jetzt nicht Die sind sowieso erfunden Dass das irgendwie Verboten ist Was weiß ich Ein paar Gramm zu viel zu haben Oder an der falschen Stelle Jetzt zu konsumieren Und so weiter Das ist sowieso total übertrieben Dass man da jetzt hinterher ist Aber man muss jetzt da Nicht riesige Bußgeld Dafür aufrufen Hamburg Hat trotzdem Im Prinzip Auch so einen harten Bußgeldkatalog Jetzt verabschiedet Da haben wir ja auch Diesen irrsinnigen Innenpolitiker Innensenator Der SPD Der Andi Grote Der die ganze Zeit schon Irgendwie gegen die Jetzt die Cannabisreform Wettert Und offensichtlich Jetzt eben da auch Den harten Macker spielen Will Was jetzt diese Bußgeldgeschichte angeht Und die Grünen Lass das mal wieder Mit sich machen Offensichtlich Und haben da irgendwie nicht In der Koalition Theater gemacht Ja, dass sie da irgendwie Normale Bußgelder haben wollen Und nicht irgendwelche Repressionsbußgelder Andere Bundesländer halten sich da Erstmal noch ein bisschen zurück Und sagen, okay Ja, wir ermahnen die Leute Jetzt erstmal Ja, wir wollen ja jetzt gar nicht Irgendwie großartig jetzt anfangen Erstmal die Bußgeldtickets Rauszuhauen Wir gucken uns das erstmal an Und dann überlegen wir uns Das in Ruhe Auch ganz angenehm Ja, muss nicht immer so Sein, dass jetzt alle Sofort diese Keule rauspacken Aber Hamburg Ist mit Keule unterwegs Noch so eine kleine Nachricht Die anschließt auch wieder An Nachrichten der letzten Wochen Nämlich ein weiteres BGH-Bundesgerichtshof-Urteil Zur nicht geringen Menge Ab der also im Prinzip Ein Verbrechenstatbestand Realisiert ist Und eine besondere Strafandrohung anfängt zu zünden Ja, also Da ist man mit Gefängnisstrafen bedroht Wenn man diese nicht geringe Menge Überschreitet Und in der Begründung Des Kabinettsentwurfs Vom Cannabis-Gesetz Steht auch noch ausdrücklich drin Man erwartet von den Gerichten Dass sie diese Grenze erhöhen Nur Hätte die Politik Das selber machen können Ja, das haben wir gefordert Wir haben erstens gefordert Lass das überhaupt ganz sein Mit der nicht geringen Menge Verbrechenstatbestand Bei Cannabis braucht man gar nicht Die normalen Strafen Reichen eigentlich Aber wenn Dann definiert Selber Die nicht geringen Menge Und zwar deutlich höher Als jetzt Weil sonst Genau die Gefahr droht Die jetzt eben auch Eingetreten ist Dass die Gerichte sagen Ja, wir haben unsere Berechnungsformel Dann hat sich jetzt Grundsätzlich nichts geändert Ja, das machen wir Bei allen Drogen so Nach Schema F Und es gibt überhaupt Keinen Grund Das jetzt bei Cannabis Anders zu machen Es gibt auch keine Großartigen neuen Erkenntnisse Über die Gefährlichkeit Können die Gerichte Sich auch ein bisschen Auf die ganze Lauterbach Propaganda sozusagen Berufen Der die ganze Zeit erzählt Wie gefährlich Cannabis ist Und Gehirngift und so weiter Und sind jetzt Stellen einfach auf stur Und sagen Belastung bei 7,5 Gramm THC Auch in diesem Fall hier Also es geht um den zweiten Senat Oder einen weiteren Den fünften Strafsenat Also einen anderen Strafsenat des Bundesgerichtshofs Der sich genau mit derselben Frage Befasst hat Wie eben vorher Der erste Senat Wie kommen jetzt Beides zum Ergebnis Ja, 7,5 Gramm THC Wir bleiben dabei Mit der Berechnungsformel Watt 15 Milligramm Ist eine Dosis Mal 500 Konsumeinheiten Das ist halt Schema F Sozusagen Und wieder Ginget um einen Fall Mit sehr, sehr großen Mengen Wo leider Die Frage nicht geklärt ist Ob denn die ersten 50 Gramm Zu Hause gelagert Die ja legal sind Die man haben darf Ob auf die Auch schon Die 7,5 Gramm THC Angewendet wird Weil 50 Gramm Rudes, Hasch oder Gras Überschreiben Alleine schon Die 7,5 Gramm THC Ob die rausgenommen werden Sozusagen Und ob die mit eingerechnet werden Bei dieser Berechnungsrundenlage Na, das ist nach wie vor Nicht klar Wieder Treibsand Ja, wieder Interpretationsspielraum Muss wieder irgendwie Noch ein Urteil kommen Mit einem Der irgendwie nur 100 Gramm hat Der irgendwie nur 100 Gramm hat Oder so Um das zu klären Mit den Kilo-Leuten Kommt man da nicht vorwärts Da sagt das Gericht Dann einfach nichts dazu Aber es bleibt auf jeden Fall Vorerst bei 7,5 Gramm THC Und hier vielleicht Noch mal ein kleiner Rückblick Blick auf die Änderung Des Cannabis-Gesetzes Die ich eben angesprochen habe Die jetzt online ist Das wäre die Gelegenheit gewesen Für den Bundestag Für die Ampelfraktionen Darauf zu reagieren Und zu sagen Okay, die Gerichte machen das Jetzt nicht mit der höheren THC-Grenze Dann machen wir doch selbst Ja, wenn wir sowieso dabei sind Das Cannabis-Gesetz zu ändern Haben wir auch gefordert Schon öffentlich Das ist jetzt halt erledigt Und sagen Dann sind jetzt halt irgendwie 100 Gramm THC oder so Und fertig Aber in diesem Gesetzentwurf Steht davon nichts Insofern ist eine Änderung Auch erst einmal unwahrscheinlich Ja, da kann man auch Weiter fordern Dass sie das eben machen sollen Vielleicht kriegen wir das Ja noch hin irgendwie Und ich glaube auch Da es Leute gibt In den Fraktionen Die das gerne machen würden Aber bis jetzt Steht davon nichts In diesem Entwurf Dann Stadt Bergen Habe ich noch nie gehört Ja, irgendeine Kleinstadt Verbietet Cannabis auf dem Festgelände So weit So normal Mittlerweile leider Ja, da hört man ja Jetzt irgendwie andauernd Dass Stadt XY Irgendwie auf dem Festgelände Den Konsum von Cannabis Verbieten will Aber Stadt Bergen Ist jetzt die erste Stadt Die nochmal einen Schritt weiter geht Soweit ich jedenfalls mitgekriegt habe Die auch den Besitz von Cannabis Auf dem Festgelände Verbieten will Also die lassen sich immer wieder Was Neues einfallen Irgendwie wie man noch ein bisschen mehr Die Repressionsschraube jetzt wieder In der Teillegalisierung anziehen kann Ja, was das Cannabis-Gesetz Irgendwie hergibt An Ermessensspielraum Für doch Repressionen Und Prohibitionen Und Polizei Und so weiter Und wahrscheinlich Ist auch da Schwierig Gegen vorzugehen Weil Thema Hausrecht Auch da eine Rolle spielt Das gleiche haben wir Bei den Konsumverboten Auch schon Solange der Veranstalter Selber Diese Konsumverbote Ausspricht Ist es relativ schwer Dagegen vorzugehen Genauso wie ein Gastronom Das verbieten kann In seinen Räumlichkeiten Auf seiner Terrasse Dass Cannabis konsumiert wird So Wird es wahrscheinlich auch schwierig Bei den Städten Dagegen vorzugehen Und beim Besitz Das ähnlich Ja, wir kennen ja auch Besitzverbote Dass bestimmte Dinge Irgendwo nicht hin Mitgenommen werden dürfen Glasflaschen ins Stadion Oder so Das ist ein ähnlicher Punkt Glasflaschen sind nicht verboten Sind vollkommen egal Darf ich überall Durch die Gegend schleppen Aber nicht im Stadion Ja, und da kann ja Per Ausrecht halt Im Prinzip Das Mitführen von Glasflaschen Verboten werden Und das Kleinstädtchen Stadtbergen Will jetzt auch Das Mitführen von Cannabis Auf dem Festgelände Untersagen Oder hat das getan Wo ist die Stadt? In Bayern Da habe ich mal nachgeguckt Aber überrascht war ich jetzt nicht Dann Ortsgruppenfunk Haben da noch ein paar Bilder Reingekriegt Und Videoschnipsel Von den vergangenen Global Marihuana Marches Das ist jetzt auch die richtige Stelle Die nochmal zu erwähnen Letzten Samstag Waren ja die Nachzügler Unterwegs Die nicht am ersten Sondern am zweiten Mai-Wochenende Den Global Marihuana Marsch Gemacht haben Und Martin hat euch da ein paar Sachen Zusammengeschnitten Aus München Konstanz Heidelberg Und Stuttgart Jeweils Demos Organisiert Von unseren Ortsgruppen Untertitelung im Auftrag des ZDF 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 So, jetzt habe ich nur noch ein paar Termine für euch. Interessante Termine, auch ein paar dabei, würde ich sagen. Die ersten beiden in Berlin. Da bin ich traurig, dass ich jetzt gar nicht am Wochenende in Berlin bin. Da wäre ich sonst gerne hingegangen. Und zwar beides Termine mit der Historikerin Helena Barob, die unter anderem liest aus ihrem Buch, Der große Rausch, wo es um die Historie der Prohibition geht und des Rausches bei den Menschen und so weiter und so fort. Die war auch schon ein paar Mal in den Medien damit. Die habe ich gerne kennengelernt und mal mir angeguckt. Muss ich später machen. Aber ihr, wenn ihr Berliner seid oder in der Gegend hier, habt ihr die Chance. Und da sind zwei verschiedene Sachen. Einmal eine Führung. Da geht es um die Führung durch ein ethnologisches Museum, wo sie auch dabei ist. Am 18.05.16 Uhr. Und dann eine Lesung aus dem Buch. Am 19.05. auch 16 Uhr. Auch in diesem Museum. Infos in der Videobeschreibung. Oder auch in der Terminübersicht bei einverband.de. Dann haben wir ein Treffen der Ortsgruppe Berlin am 21.05. Den Hanftisch der Ortsgruppe in Heidelberg am 21.05. In Dortmund Treffen der Ortsgruppe in Gründung am 23.05. Geht mal da hin. Macht da mit. Damit das jetzt bald eine Ortsgruppe ohne in Gründung ist. Und dann haben wir in Hamburg die erwähnte Cannabis-Fachtagung des Instituts für interdisziplinäre Suchtforschung oder so ähnlich. Mit mir auf dem Podium. Aber auch mit Eintrittspreisen. Mit Anmeldungen und so weiter. Ich glaube, die sind ein bisschen teurer als die Cannabis-Normalkonferenz. Ja, um das auch nochmal zu erwähnen. Für die, die über die Preise meckern. Und dann Zürich ist der letzte Termin. Die Cannatrade. Die altehrwürdige, große, tolle Cannabis-Messe in der Schweiz. Da werde ich auch vor Ort sein. Aber dies vom 24.05. bis zum 26.05. Auf jeden Fall werde ich da mal vorbeigucken. Das war es fürs Erste. Aber bevor ich das jetzt alles mit dem Abspann da erzähle. Wenn ihr das bis jetzt noch nicht gemacht habt. Denkt an die Early-Bird-Phase, die am Sonntag vorbei geht. Geht auf Cannabis-Normal.de und besorgt euch ein Ticket für unsere große Konferenz. Das wird spannend, das wird interessant, das wird cool, wird nett. Man wird sich mit coolen Leuten unterhalten können. Unter anderem mit mir. Ja, ich bin dann auch natürlich da die ganze Zeit. Und ja, mal die Gelegenheit mit vielen von euch zu quatschen. Und es wird eine tolle Preisverleihung geben. Und die Möglichkeit gemeinsam zu konsumieren auf einem Party und so weiter. Ihr kriegt was zu essen. Es gibt Politiker vor Ort. Es gibt CSC-Betreiber vor Ort. Es gibt tolle Rechtsanwälte vor Ort. Und ein Haufen Szene-Menschen, die ihr auch schon mal gesehen habt. Und so weiter. Ganz super gut. Ja, Ticket besorgen. Und damit liked dieses Video. Aktiviert die Glocke. Mögt den Kanal und so. Ja, ich wünsche euch noch einen schönen Tag und einen großen Abend. Bis zum nächsten Mal. 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 Vielen Dank.